So, ein herzliches Willkommen hier auf Retroaktiv in Zusammenarbeit mit TVGC. Wir sind hier auf der Gamescom in Köln, sind um 4, 5 Uhr aufgestanden und haben alle Strapasen auf uns genommen, um hinzukommen, inklusive Polizeikontrolle im Zug. Das war aufregend, jetzt sind wir auf jeden Fall fit genug, um uns gleich in die Hallen zu stürzen und darauf freuen wir uns. Ich bin der Benjamin, hinter der Kamera ist der Markus, den werdet ihr nachher auch noch irgendwann mal sehen und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß. Vielleicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also, ich muss ja jetzt schon sagen, Platz haben wir hier genug zum Laufen. Ja. Wir können uns hier ganz gemütlich auf der Gamescom hier den Weg bahnen. Das ist Astrein. Das ist wirklich Astrein. Oh, der Uncharted-Stand. Bis zum Laufen. Das war's für heute. Ja! Ja! Angekommen! Endlich! Endlich seht ihr mal den Markus neben mir. Ja! Und links neben mir, diese Person stellt sich jetzt einmal selber kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Micha Nowczynski. TVGC, der Neue. Der Neue, sagt er. Falls ihr das jetzt nicht hören könntet, konntet. Ja, ich bin der Micha Nowczynski. Ich rede nicht so lange. Ah, okay. Da müssen wir aber noch mal dran arbeiten. Ja, da habe ich kein Mikro. Wir sind ja auch noch nicht so lange dabei. Für eine Mikrokamera hat es jetzt nicht gereicht. Mit Mikrofon. Ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft. Wir sind jetzt drin und gleich werden wir uns um 10 Uhr bei Namco Bandai... Namco Bandai! Namco Bandai! Wir werden uns dann gleich bei Namco Bandai eine Präsentation angucken zu Sebastian Löb Rally. Wurde er jetzt verschoben auf 2016. Aber ich denke mal, wir kriegen nachher hier eindrucksvolle Bilder zu sehen. Denn auf Videomaterial und Fotomaterial sieht das doch ganz gut aus bis jetzt. Wie sich das anfühlt mit der Steuerung werden wir dann hoffentlich sehen. Und um 17 Uhr sind die beiden Herrschaften dann gleich auch auf der Nintendo Präsentation. Was heißt gleich? Wir haben einen langen Tag vor uns. Dann versuchen wir noch zu EA mal zu kommen. Microsoft werden wir dann abchecken. Also eigentlich alle. 2K. Irgendwas werden wir auf jeden Fall abgreifen. Square Enix. Square Enix. Die ganzen Giganten. Die ganzen Giganten. Hast du noch einen? Square Enix. Das waren ja schon fast alle. Wir dürfen aber definitiv Astragons nicht vergessen. Und Payside Card. Die müssen wir auch noch hingehen. Genau. Die haben wir auch noch eingeschaut. Ganz wichtig. Jedes Jahr. Ja. Auf jeden Fall kommen nachher noch ein, zwei Leute mehr. Der Miguel wird nachher noch kommen. Und dann noch die Hanna. Glaube ich. Die wird noch hier. Genau. Und dann werden wir sie auch wahrscheinlich noch einmal kurz auf Bildmaterial festhalten. Joa. Ich rauchen wir jetzt noch eine und dann gehen wir gleich rein und dann gibt es ganz viele Videos. Videos. Fotos. Wenn deine Kamera gleich nicht wieder ausgeht. Und dadurch, dass du jetzt Hinweis auf Tabakkunst gegeben hast, müssen wir ein Video jetzt ab 16. Ja, ab 16. Aber wir haben noch kein Bändchen. Das müssen wir uns gleich auch noch freuen. Tschüss. Ach ja. Bis zum nächsten Mal. 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 So, wenn man mich jetzt überhaupt verstehen kann, wir gehen jetzt nach Bandai Namco. So, ich hab's endlich mal richtig ausgesprochen. Müssen wir uns jetzt anmelden, glaube ich. Und dann geht's los! Ne? Okay! Also, das Spiel ist nur auf der nächsten Generation. So, auf PC, Steam, PS4 und Xbox One. Und dann wird es auch in 2016 sein. So, das, was wir jetzt sehen, ist nicht die komplette Version des Spiels. Aber natürlich ist es ein Teil von Freak oder Crashs. Ja. Das ist eine Art Phase des Spiels. So, ja, wir haben ein paar Stabilität, manchmal. Und auch, wenn man etwas nicht richtig sehen kann, ist es, weil wir hier noch arbeiten. Speaking of the Track, wie ich schon gesagt habe, die größte Sache zu tun in diesem Spiel war die Re-Kollektion von all den Tracks. Wir wollen die Spieler die Real-Re-Feeling. Und wir folgen wirklich, wirklich hart. Die Böder am besten. Das war's für das ganze Zeit, die wir gerade bei dieser Glocke haben, Ich bin ja auch, das war es sehr, sehr, sehr riesig. Einander in der Region. Du? Du, du? 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Outro